Gigantischer Sicherheitsaufwand für die Olympischen Sommerspiele in Frankreich. Das Gastgeberland betreibt einen riesigen Aufwand, um Anschläge und Gewalt zu verhindern. Zehntausende Polizisten und Gendarme aus mehreren Ländern sind jeden Tag im Einsatz, unterstützt von tausenden Soldaten. Erstmals werden Kameras mit künstlicher Intelligenz eingesetzt. Sie sollen Auffälligkeiten erkennen, etwa Gerangel, Feuer oder herrenlose Gepäckstücke. Paris hat schon mehrere dschihadistische Anschläge erlebt. In ganz Frankreich gilt die höchste Terrorwarnstufe. Unterdessen hat es auch bereits mehrere Brandanschläge auf das TGW-Netz gegeben. Das Netz der Hochgeschwindigkeitszüge ist voraussichtlich auch über das Wochenende hinaus noch beeinträchtigt. Auch auf anderer Seite laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. In Paris wurde das Österreichhaus eröffnet. Es ist eine Plattform für Tourismus, Wirtschaft und Medien. Österreich präsentiert sich von seiner besten Seite und soll in den nächsten Wochen Anlaufstelle Nummer 1 für Sportlerinnen und Sportler sein. Das ist für die Athleten auch ein Rückzugsort. Wenn es einmal kompliziert wird während des Wettkampfes, ist es immer möglich, dass wir da herkommen und ein paar österreichische Vibes aufsagen, gut essen, gut trinken und uns auch ein bisschen rückziehen können. Bei der Eröffnungsteremonie heute Abend werden Celine Dion und Lady Gaga performen. Snoop Dogg wird die olympische Fackel tragen.